Umbrella Entertainment in Australien veröffentlicht eine mega umfangreiche Terrifier Edition und darauf habt ihr mich gestern in den Kommentaren hingewiesen und zwar mehrfach. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir gucken uns das Ganze selbstverständlich jetzt mal etwas genauer an. Was haben wir denn hier alles, was uns so geboten wird? Zum einen haben wir hier eben den Titel dieser Edition, This is Art Collectors Edition, All Hallows Eve haben wir mit dabei, Terrifier 2 haben wir mit dabei. Wir haben eine Figur mit dabei, eine VHS mit dabei, ein Buch, Art Cards, Sticker, Poster und auch noch die Sunglasses, also die Sonnenbrille, die Art hier im Film des zweiten Teils aufhat. Also auch ein richtig tolles Gimmick. Wir können uns das Ganze anhand der Vorschaubilder nochmal einzeln angucken. Das sieht auch richtig nice aus, dieses Boxset. Von dem Boxset wird es noch eine abgespeckte Version geben, die schauen wir uns gleich im Anschluss an. Jetzt haben wir hier erstmal diese Edition, da haben wir dann eben auch noch eine VHS Collectors Edition mit dabei, mit einem richtig geilen Artwork. Dann haben wir hier eben die Figur, die ist auch ganz witzig. Wie grimmig ihr guckt, oder? Richtig nice. Dann haben wir hier eben die Sonnenbrille, die mit dabei ist. Dann haben wir hier noch das 48-seitige Buch, das hier mit am Start ist von Art den Clown. This is Art. Ja, die Wortspiele reißen nicht. Art, was für eine Art Gallery oder Gallery. Art Gallery, Kunst Gallery oder eben was für ein geiles Artwork. Ja, Art House, Kino und so weiter und so fort. Es macht einfach richtig Spaß und Laune. Dann haben wir hier eben die Blu-ray vom ersten Teil mit am Start. Hier ist All Hallows Eve mit dabei. Das ist ja der Episodenfilm, der 2013 entstanden ist. Darin sind enthalten die beiden Kurzfilme, die zuvor von Damien Leone veröffentlicht wurden, plus eine weitere Episode zusammengepackt in so eine Rahmenhandlung. Ich habe erst kürzlich über diesen Film berichtet und verlinke euch das Ganze selbstverständlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann ist eben Terrifier 1 hier noch mit dabei und dann haben wir hier auch den zweiten Teil mit dabei. Bei der Info hier auf der Seite sind die ganzen Extras nochmal aufgelistet von den einzelnen Disks, die mit am Start sind. Und dann hier nochmal eine Kurzbeschreibung der einzelnen Filme. Außerdem haben wir die technischen Daten, aber das Einzige, was wir hier leider nicht mit dabei haben, ist, ob das Ganze Region A lockt ist oder eben nicht. Da gibt es leider keine Hinweise auf dieser Seite dazu. Falls ihr was wisst, könnt ihr das natürlich gerne unten in den Kommentaren ergänzen. Wir haben dann hier eben noch diese abgespecktere Version, dann ohne die ganzen Figuren und das Ganze drumherum. Aber auch noch eine richtig tolle, schicke Edition mit diesem Schuber und eben den ganzen Filmen und dann noch ein paar Postkarten hier mit dazu. Die Filme werden auch nochmal einzeln released und auch hier stehen leider keine weiterführenden Informationen mit dabei bei den technischen Daten. Ob das Ganze jetzt hier gelockt ist oder eben nicht. Ich habe mal auf Blu-ray.com nachgeguckt, da ist das Ganze, also diese Edition noch nicht gelistet. Da warten wir mal noch ein bisschen ab. Dann sind wir schlauer. Es ist die Terrifier 2 Blu-ray auf jeden Fall hier schon mal gelistet. Amazon exklusiv. Hier steht Region A, aber B und C nicht getestet. Und gucken wir mal auf Amazon uns diese Edition an. Dann sehen wir auf der Rückseite hier groß das A drauf. Aber es hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, die Angaben stimmen nicht immer auch von den Herstellern. Wir erinnern uns jetzt erst hier an Zorro mit ihren ganzen Tonspuren von Sony Pictures. Also da ist auch große Verwirrung, wenn der Hersteller schon nicht mehr das draufschreibt, was auch drin ist. Also an welche Daten soll man sich dann noch halten? Letzten Endes kann man sich nur hundertprozentig sicher sein, wenn man selbst die Disk im eigenen Player testet. Ob das Ganze dann abspielbar ist oder nicht. Aber auf jeden Fall erscheint hier dann auch zum Februar, 8. Februar nächsten Jahres, eben eine tolle, umfangreiche Edition. Nameless Media wird ebenfalls im Februar nächsten Jahres Terrifier 2 und auch den ersten Teil nochmal hier neu auflegen. Ich habe darüber berichtet, euch die ganzen Artworks schon gezeigt. Und selbstverständlich erscheint der Film hier Uncut und der läuft dann auch nächste Woche Uncut in den deutschen Kinos. Und wer da Bock drauf hat, der kann hier eben bei Nameless auf der Facebook-Seite bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Und dort könnt ihr 5x2 Freikarten zum Kinostart von Terrifier 2 eben gewinnen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man denn Freund ist, solche Filme. Manche Leute können ja nichts damit anfangen, kann ich auch verstehen. Die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Aber falls ihr eben auf richtig harte, brutale und auch lustige Horrorfilme steht, dann ist das genau der Film für euch. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, sowas noch ungeschnitten auf der großen Kinoleinwand zu sehen? Also da können wir richtig froh sein, dass uns diese Möglichkeit noch geboten wird. Dann bleiben wir bei Facebook und hier hat Wicked Vision ja ein paar News eben. 31 Tage, 31 News hier vor sich und gleich zum Start einen Knaller rausgehauen. Sie haben es nämlich tatsächlich geschafft, Salo, die 120 Tage von Sodom endlich zu deindizieren. Der Film wird nächstes Jahr in einer wunderschönen und liebevollen, kuratierten Deluxe Edition aus dem Hause Wicked Vision veröffentlicht werden. Man wird auch den Versuch starten, das Ganze durch die FSK zu bekommen. Man ist davon überzeugt, dass eine FSK 18 drin ist. Also schauen wir mal, was uns hier dann auch nächstes Jahr von Wicked Vision Media bezüglich dieses Themas, aber auch noch anderen Themen, wie sie hier oben angekündigt haben. Wir haben ja noch ein paar Tage vor uns, was da noch alles so auf uns zukommen wird. Angekündigt hat auch Sinistrange noch ein paar weitere Mediabooks von Filmen, die sie bereits veröffentlicht haben. Noch weiteren Cover-Varianten, aber dann auch noch zum Beispiel der Superbulle Jagd den Ripper haben wir mit dabei. Dann außerdem noch den genialen Titel Die Jungfrauen von Bumshausen im Eindisk-Media-Book-Covervariant.de. Von Dream Home wird es noch ein paar weitere Cover-Varianten geben, sehr freizügig, genauso wie von Neighbor. Und dann haben wir noch ein paar Weihnachtsfilme angekündigt und noch weitere Veröffentlichungen, über die ich euch aber schon im Vorfeld bereits informiert habe. Also schauen wir weiter nach Bella Italia. Hier ist ja Rest in Peace Department gelistet im Steelbook. Und da haben wir schon das Artwork vor der Seite, die Rückseite und auch den Innenprint und auch wie die Disks gelabelt sein werden. Das ist super, denn bei uns wird das Ganze auch erscheinen. Ist jetzt auch gelistet und schon vorbestellbar bei Amazon. Angekündigt zum 26. Januar 2023. Aktuell zu einem Preis von 28,37. Das kann sich sehen lassen für einen 4K-Steelbook, während andere hier immer mit 39 Euro oder sogar noch höher starten. Also können wir uns hier den Import aus Italien sparen. Das ist schon mal nice. Aber wenn wir die Bilder sehen wollen, da gucken wir eben bei unseren Freunden aus Bella Italia vorbei. Dann schauen wir noch ganz kurz zu Zavi. Hier ist der Mann, der vom Himmel fiel, angekündigt mit David Bowie in einer 4K-Ultra-HD-Steelbook-Edition. Da wird auch die Blu-Ray noch mit dabei sein. Angekündigt zum 27. Februar 2023. Hier haben wir dann immerhin auch noch die Rückseite dieses Steelbooks. Der Studio-Kanal wird das Ganze veröffentlichen. Hier haben wir sogar den Ländercode A, B und C dran stehen. Sehr löblich. Als Tonspuren haben wir hier nur Englisch dran stehen. Aber das kann natürlich sein, dass es auch bei uns veröffentlicht wird. Wir haben es gesehen in der Vergangenheit. Die ganzen Studio-Kanal, 4K-Steelbooks. Also nicht alle, aber die meisten wie auch Rambo und Red Sonja und so weiter haben es auch zu uns geschafft. Also vielleicht schafft es dann auch dieses Steelbook zu uns. Den IMDb-Eintrag habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch nochmal ein bisschen mehr einlesen in den Film und dann auch den Trailer angucken, falls ihr daran Interesse habt. Und zu guter Letzt haben wir dann noch hier Violent Night. Der Film läuft ja aktuell im Kino. Und hier haben wir David Haber mit am Start, den man aus Stranger Things her kennt. Und der killt und schlägt sich hier in bester Stirb langsamer Manier durch ein paar Gangster, die eine friedliche Familie an Heiligabend überfällt. Und er ist auch noch der Weihnachtsmann. Also bitteschön, mir hat der Trailer gut gefallen. Und den möchte ich mir auf jeden Fall angucken, wenn es bei mir dann endlich wieder ein bisschen ruhiger geworden ist. Denn wenn ihr dieses Video seht, dann befinde ich mich gerade aktuell auf der Comic-Con in Dortmund. Man weiß nicht mehr, wann man wieder die Gelegenheit dazu hat, was wird nächstes Jahr sein. Also nehmen wir die selbstverständlich mit. Ich werde darüber berichten. Wird ein 24-Stunden-Road-Trip bei mir. 0 Uhr hoch, 7 Uhr dort, 16 Uhr wieder nach Hause und dann um 0 Uhr hoffentlich dann wieder im Bett liegen. Wir werden es sehen, meine Freunde. Ich wünsche euch aber jetzt schon auf jeden Fall schon mal ein wunderschönes Wochenende. Auf bald und Servus. Wir sind die